Und damit herzlich willkommen zurück zum Let's Play Hellblades, der Nummer Sacrifice. Wir sind auf dem Weg eine Treppe nach oben. Ja, wie ihr ja wisst aus der letzten Folge. Wer die noch nicht gesehen hat, der schaut die sich jetzt an und kommt erst dann wieder. Und ähm... Was zum Fick ist hier eigentlich los? Das sieht mir nach einem lodernden Feuer da unten aus. Oder? Irgendwie... Äh, keine Ahnung was das ist. Funkfotos sieht jetzt irgendwie nicht so aus. Ähm, was haben wir denn hier? Das wird eine Leiter sein. Und da geht's halt nicht weiter. Dann geht's die Leiter weiter, hätte ich gesagt. Ich kann mich fühlen, dass ich Hela's gaze sehe. Und da geht's für die Grüße, die in mir in mir. Grüße, die ich sogar nicht sehen kann. Ich bin nicht hier, um zu kämpfen, mein Vergangen zu kämpfen. Ich bin hier für Dillion. Ich bin hier für auch. Ichotte ihre Kommission. Ich coffier die Leiter sogar. Schro stitches. Ich bin hier auch nicht alls supriert. Ich bin hier Hämmchen, die Hela hat. Sie ist rotting, sie ist wirklich tot, ja. Dann wird der Mensch auf sich selbst verletzt. Die Brüder werden sich um sichern um sichern. Und die Leute werden vergessen, was ihre Kindred verletzt werden. Die Zeiten werden schwer. Die Krieg werden großartig. Es wird eine Zeit von axes und swords. Der Wind wird durch die Abandone geblieben. Die Wolken gehen, wo die Kinder geblieben sind. Der Welt wird in die Ruhe. Die letzte Krieg. Wir sind zurück. Das ist die letzte Aufgabe. Wo bin ich da noch hin? Jetzt warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Geht das hier? Also bin ich hier richtig? Ich muss Brücken bauen. Okay. Ich glaube, das wäre jetzt eine interessante Frage. Du offen Arten. Ich mach nicht kalt. Ah, der Typ mit den Äxten. Das ist natürlich ungeil. 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 Da unten. Das ist natürlich ungeil. 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 Okay. Das ist natürlich ungeil. Das ist natürlich ungeil. Das ist natürlich... outside. ... und marchandisieren normalerweise. auseinander? Das müsste irgendwo da links dann sein. Gehen wir mal da noch schauen. Gehen wir mal. Ne, von hier macht ja irgendwie auch keinen Sinn. Gehen wir nochmal da drüben hoch. Hier gibt es ja keinen Ausgang. Gehen wir mal. 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 Gehen wir mal mal. hoch muss. So, ein für alle Mal. So, hier müsste jetzt theoretisch ein Speicherpunkt sein. Ich peile es nicht. Naja, hilft ja nichts. Wir sind am Ende dieser Episode. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich selber einen Daumen nach oben freuen. Abonniert den Kanal, wenn ihr kein weiteres Video mehr verpassen wollt. Und schaltet doch gerne in der nächsten Folge wieder ein, wenn wir hier weitermachen. Auf dem Weg zum Ende. Das scheint noch ein kleines bisschen voraus zu sein, muss ich sagen. Und dann schauen wir mal, was wir da beim nächsten Mal für Brücken fertig bauen. Oder so ähnlich. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Wirft doch gerne mal einen Blick in die Videobeschreibung. Dort findet ihr interessante Links zum Beispiel zum Twitch-Kanal. Wo dieser Stream hier gelaufen ist. Und zu unserem Discord-Server. Wenn ihr selber mal irgendwie einfach Teil der Community sein wollt. Oder in Videos mitmachen. Oder Streams. Wie auch immer. Schaut da mal gerne rein. Würde mich sehr freuen. Und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Macht's gut bis dahin und tschüss.